Uuh. Nee, Gucken wir hier unten, 하면서 schweizbildeten der Petronlean! Ich bin schon impfen headphone juste ... immer von hinten... Das geht! Mann ey. So geht das. Nicht anders hier. Warten wir uns mal hin. Schade, dann haben wir ihn. Jo. Hä? Boah, du trägst zwei Wasser um die Enge und dann klein, klack, weg, quasi. Mann, ey. Boah, ey. Das geht nicht. Das war so schön gewesen. Oh, das machen das wir mal sein. Was ist das hier? Na, na. Boah, was? Der tötet durch. Was? Was? Von hinten wieder. Na klar, immer von hinten. Immer von hinten. Richtige Feiglinge sind da. Dann machen wir mal den hier. Sehr, was wird passieren? Oh, komm. Boah, aber voll verfehlt. Ah, ey. Da denn ne bessere, ich würd sagen, einfach ne bessere Dafa und durchmähn. Geh mal hier, huuuhuuhu. Ich geb alles. Leute, am Limit hier. Voll am Limit. Oder war? Mal hier. Ciao. Okay, alles klar. Hab ich voll geholfen. Alter, wie viel hält die aus, Alter? Meine Fosse. Boah, was? So eine Kackgranaten, Alter. Ja, komm, gib nicht so an mit deiner halben Pupswaffe, Alter. Was sind die für ein Name eigentlich? Was? Was sind... Boah, Alter, was sind das für ein Name, Alter? Wie komm ich denn auf... Was war das? Getötet durch Gregor. Okay, dann haben wir geht noch mal andere Namen hier. Hier ist ein Strange. ST11. CKXX. Wie komm ich auf so einen Namen, Alter? Ganz ehrlich, Leute. Das ist... Alles übel. Willst du bekommen, Alter? Ruh, rüber, rüber, rüber. Hoch, hoch, hoch. So sieht's aus. Was? Okay, eins. Komm. Zwei. Und... Nein! Oh! Leck mich doch! Da war der Munition, Alter. Oh, das war das Komplett. Aber auf jeden Fall... Oh, okay. Mann, Alter, die... Kicken, Alter. Oh, das geht so, Kollege. Oh! Mann! Nicht immer hintereinander kannst du hier. Richtig. Ein Finger. Was für Anfänger. Muss. Muss. Hör. Komm. Ah, so geht das. Verstärkte Leistung. Legisch und nice. Uh. Ah, 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 ah. Oh, was? Das geht doch nicht. Ist doch nicht mein Ernst. Ich hätte dir gesagt, das ist schon schön. Warum der mich auch nicht getroffen ist, verstehe ich. Fier in the hole! Komm, komm, komm. Die Duna lang. Oh, das ist aber nicht so richtig fair. Wieso ist... Wieso waren wir zur selben Zeit lang? Verschuldigung. Und trotzdem... Ist es halt so, dass es... Das ist ja nicht gut geht. Das ist... Wiss ich nicht. Hä? Wo ist der hin? Wo? Höh? Lul. Lul. Da war er weg. So geht das, Kollege. Okay. Falsche Waffe. Hm. Moin. Hm. Ah, schade, aber er hätte auch schon gucken können. Ich muss erst mal da reinkommen. Ich muss erst mal da reinkommen. Das war ein bisschen aber trotzdem. Es geht alles first. Komm. Komm, heiß der, ey. Ja, irgendwie. Ich kriege mal einen Cheats hier oder voll. Verstärkung rufen. Können nicht alle. Ah. Das war's komplett. Aber komplett. Mann. Was machen wir jetzt? Wuhu. Ich hab die Nase. Oh, ganz schlecht. Ich will wieder wacken. Ja, da warten. Da hab ich schon keine. Oh, was? Das geht doch nicht. Warum denn das? Hä? Nee, Alter. Letzter Platz. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Ja, Lul. Komm. Ist er Schiss oder was? Ah, jetzt wird er okay noch. Guck mal, da, 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 da. Boah. Ey. Wie, ey. Kommt danach. Oh, danke dir. Ich will mal nachladen hier. Erst mal. Also. Mega. Mega. Rauch, rauch. Komm, 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 komm. Mann. Los, Schatz hier. Oh, ich von hier wieder. Warum lachst du? Für mich oder? Ah, wieder mit dem Gutschein. Na klar. Wo, guck, ey, war er. Das weiß ich nicht, wo du dein Handy hast. Kann ich jetzt nicht. Muss mein Handy nehmen. Oh, Mann. Er ist aggressiv. Mann, Schatz, ich von hier schon wieder. Aua. Musst du wissen, wo der... Mann, musst du mir ins Bild fassen. Shit. Mann, es ist da. Ich geb hier heute alles. Und dann tut das. Fünfter, letzter Platz. Hä? Ja, na klar, Leute. Das wird dann nix so. Mach mal von der anderen Seite hier. Boah, ich wollte... Ah, Leute. Was ist jetzt? Ah, warte mal. Hier kommt auch niemand. Ich hab's ja nur... Oh, da war gut. Jawoll. Komm, 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 komm. Oh, weg ist es. Geil. Mega. Juhu. Mann. Hä? Falsche Richtung. Wie jetzt? Mann. Verkenn doch nur was. F***er nicht soll. Komm, komm, komm. Drauf, 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 drauf. Boah, was ist denn das für ein... Was machen meine Mitspieler eigentlich? Das ist die Tür von... Wer ist denn... Welix? Und was ist denn... LS? Ich weiß nicht. Die Namen, das ist doch wahnsinnig. Ich weiß nicht. Komm, komm, rein. Rein, rein, rein. Links oder rechts? Wiss ich nicht. Boah, ich will irgendwas, Alter. Okay, da hat's da. Kommt, ey, noch. Was soll ja sein, Alter. Ja, Sieg. Wuhu. Mega. Aber... Ist schon echt hart, Alter. Ist schon echt bitter. Wann wir trotzdem? Ja, okay. Alles klar, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.